So meine Freunde, herzlich willkommen zum elften Türchen. Ein kleines Improvisationsvideo. Wir zocken eine Runde AP-Lusion. Okay, go. Go, Junge. Do it. Do it. Go, Junge. Oh, die ist down, oder? Jawohl! Sehr geiler Gang. I'm Jax, I'm helping. Oh, das kann sich langsam sehen lassen. Und rein. Ich war auf jeden Fall richtig useful. Aber wir haben ihn. Easy kill. Go, go. Reiner. Oh, fuck. Puh. Zwei. Als ob er nach hinten läuft! Oh mein Gott. Das ist doch nicht sein Ernst. Als ob er sich einfach umdreht. Wer dreht sich denn um heutzutage noch? Nice, den hab ich. Nice. Oh, fuck. Den haben wir, den haben wir, den haben wir. Den holen wir uns, den holen wir uns. Go, go, go. Nice. Kleiner Wicht. Nice, ist geslowed. Hau rein. So, mein Ult macht jetzt 1800 Damage. 1800! Guck euch das jetzt an. Nicht ulten, nicht ulten, nicht ulten, nicht ulten, nicht ulten. Wuh! Drei. Zwei. Oh, die fucking shit. Ripp. Alter, was? Fuck. Aber die Ult hat Damage gemacht. Oh! Puh! Moin! Oh, sie schlecht. Nice! Moin! Oh, my God. Nicht ulten. Oh fuck. Ah, die Outplay ich, die Outplay ich. In 3 Sekunden hab ich ult. Oho. Wuh. Oh fuck. Oh, ich komm weg, jetzt hab ich wegkomme. Komm. Nein. Nein, 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 nein. Oh, wir haben gewonnen, lol. Bin ich 16 gewesen? Ich hab nicht gesehen, wie viel Damage my note gemacht hat. Schade. Aber, meine Freunde, AP-Lusion, ich sag's euch. Der Shit.